Oh mein Gott, die schießt auf mich. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bossfight hier. Nein, ich war noch getarnt. Oh nein, oh nein, ich hab echt dachte erst dahin. Moment. So, alles mit der Ruhe. Ich weiß. Komm an. Ja, geschafft. Ach, das Ding bauen wir nicht. Ich lauf da selber hin. Was? Was will ich? Guck mal. Was? Das war's schon. Mann, die haben Waller verwundet. Oh, okay. Die tragen alle so einen Teil. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht erfahren wir das beim nächsten Mal. Tja, wenn das mal kein Problem ist auf einen weiteren... auf den nächsten Bossfight. Oh mein Gott. ach du scheiße ich habe nichts gutes hier ich kann gar nicht in kuchen ich habe es doch gar nicht hier zu heftig war erst die mutter und jetzt der vater und sie wurde auch schon ich weiß gar nicht was ich bin nicht aufnehmen soll ich versuche das schon zu kürzen aber hier passiert gerade so viel ich habe es oh mein gott der vater ist vor dem sterben glaube ich das ist so krass einfach und edo ist auch richtig stark bewundet am hals auch noch damit ist nicht zu scherzen und nicht zu wissen ob seine tochter überlebt bevor er stirbt das ist was traurigeres kann es nicht geben das ist einfach zu krass gemacht das spiel und oh mein gott er rettet sie und das war es also mehr sterben kann man nicht ich habe einiges schon gesehen aber das ist schon zu krass zu einfach zu krass ich habe gänsehaut überall und wie es weitergeht das haben wir vielleicht beim nächsten boss weit es ist einfach zu heftig dass das spiel muss man sich einfach länger angeschaut haben ich kann jetzt nicht alles aufnehmen kauft euch das spiel oder schaut euch die anderen rufus ein das spiel kann ich nur wärmstens empfehlen